Hey, was geht so, liebe Leutchen? Ich bin's wieder, euer Crush4Defekt, zurück bei Let's Play Again! Sonic Generations für Steam! Ja, ja, ist ja gut, Classic Sonic, wir machen jetzt weiter! Nachdem wir im letzten Part nun die Sky Sanctuary Zone abgeschlossen haben, wird es nur Zeit, dass wir mit den Herausforderungen durchstarten. Und wir machen erstmals die Herausforderungen von der Green Hill Zone. Es gibt immer jeweils fünf Herausforderungen von Act 1, als auch Act 2 in jeder Zone. Also, beziehungsweise mit Classic und mit Modern Sonic. Drei gilt es eigentlich mindestens abzuschließen, damit wir einen Boss-Tour-Schlüssel bekommen. Und wenn man alle drei Boss-Schlüssel hat, kann man gegen einen der Haupt-Bosse antreten. Aber, wie schon abgesprochen, im Gegensatz zum Original-Let's Play, wollen wir hier alle Herausforderungen schaffen. Und auch mit S-Rang! Also, auf los geht's los! Wir starten mit der ersten Herausforderung, Doppelgängerrennen! Tritt gegen Sonic's Doppelgänger an und erreiche das Ziel vor ihm. Also, einfach nur so ein, äh, normales Rennen. Das ist also wie ein Geisterrennen gegen ihn. Kein Problem, ist halt nochmal die Zone gegen ihn. Ist jetzt nichts wirklich, äh, absolut, äh, wie soll ich sagen? Ähm, spektakulär, genau, spektakulär. Press, aber... Man nimmt, was man hat, was so schön heißt. Und ich renne natürlich an eine eklige Abkürzungsmöglichkeit vorbei. Ich hoffe, das wird mir nicht den Rang kosten. Aber ich glaube vielleicht, äh, ich habe schon eine gute Chance, dass ich S-Rang vielleicht doch irgendwie schaffen könnte. Ich meine, ich kann es schon garantiert vor allem ins Ziel schaffen. Uff! So, come on! Ja, durch! Und einen Extra-Lehnen gibt's hier nicht. Oh, in einer Minute 20 muss ich das durchschaffen. Oh, shit! Für den S-Rang. Oh, nein, 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 nein. Ich sehe es auch gerade. Ich habe es auch gerade erst gesehen. Das schaffe ich nicht. Hä? Shit. Ist total übersehen. So, da passt's. Oben rum. Gehe mich besser zurecht. Ja. Gut, dass es angezeigt wird, was man braucht, um bestimmten Rang zu erreichen. Hä? Dass ich wieder nicht oben lang komme. Shit. Aber bloß gut, dass man da wenigstens keine richtigen Leben verliert. Ach. Dass ich mir durchaus ersparen kann hier. Aber ich kann's doch schaffen. Oder auch nicht, wenn ich hier nicht richtig den Spin-Dash nutze. so, rauf da und weiter. Schnell wie der Wind. Oder noch schneller als der Wind. Wenn man's so sieht. Ne. Aber hier war... Oh nein. Jetzt bricht das auch nicht zusammen. Kommt wieder Respawner. Nein. Was ist euer Ernst? Jetzt habe ich wieder zu viel Zeit verloren. Es tut mir leid. Alles was ich will ist den S-Rang abschließen. Ich bin wieder... Ich bin wieder... ... die Mission, die ich krieg, dass ich nicht... Die Herausforderung an sich ist kein Problem, aber... Der Rang... Wieder ein ganz anderes Thema, wie es scheint. Aber so soll es auch sein. Vielleicht sollte ich da nicht zu viel Speed mal nehmen und dann geht's auch besser. So. Jetzt zieht er da hoch. Nein! Nein! Come on! Das schaffst du dieses Mal. Ja! Puh! Gewonnen! Und S-Rang! Nein! Bitte! Lass gut sein! Und... Ja, jetzt gibt's sogar noch Bonusglocken oben drauf. Wenn man die läutet und die Musiknote dazwischen einsam bekommt... ... und dann... ... einen weiteren Gegenstand. So, was muss ich hier nochmal machen? Ich hab's... Oh, ja. Vor Ende der Zeit kommen. Und in einer Minute... S-Rang. Ja. Es... Vor... Zum Ziel schaffen wir den S-Rang. Und ich glaub das hab ich schon wieder verkackt, weil ich hier komplett äh... schlechte Route genommen habe. Hier wimmelt es auch noch so ein Bassbaum dran. Wie sind jetzt hier die Hauptgegner, oder was? Oh Mann, nein! Das hat mich jetzt so durch den Niedergebracht. Gerade jetzt... Gerade hat er den... Gerade hat er den richtigen Moment gefeuert. Aber er ist daran geschafft, oder? Yes! Nice! So, klingelingeling. Oh, eine besonders große, das... Ja, schaltet ein Song frei. Die Splashill Zone. Versuche dein Rennen gegen Knuckles zu behindern? Okay. Oh, da kommt der Super Sonic Racing Remix. Sonic R. Ra 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 Ra! Oh, ja, das kommt wieder. Das ist ein Mix. Und ein Minuto 20 wieder. Na komm, spring! Und hoch da. Eins der Sache an wenigen Sachen, die ich an Sonic R gemacht habe. Also das Spiel braucht echt ein Remake. Also auch ein Remake. Bessere Balance und bessere Steuerung und mehr Strecken. Weil... An sich ist es, äh... An sich ist es, äh... Und müsste Sonic R. Aber ja, kann so wirklich übles Spiel sein, wenn die Steuerung und alles besser wäre. Ja... Das ist wirklich ein solider Titel. Aber gut, geschafft! Klingelingeling! Gib her! So! So! Dann die zum nächsten Herausforderungstor. So, hier... Schorkelzirkus-Klange mit den Schwingplattformen rechtzeitig zum Ziel. Ja. Alles klar. Einfach nur geschickte... Platforming-Einlagen. Und hier wieder. Eine Minute 40. Okay. Oh! Und nicht die Stacheln! Das wäre nicht gut! Ach, diese Geräusche machen hier die... Ähm... Kiefer! Auch ein nettes Detail, muss ich sagen. Ich kann es einfach nur appreciaten, dass wir das Spiel gemacht wurden. Oh! Ich glaube, es war auch essentiell hier. Ich muss es jetzt richtig schwingen lassen. Ähm... Ich würde dich am ehesten benötigen. Puh! Ich darf mich nicht zu lange aufhalten lassen. Okay, dich erstmals entfernen. Ich hätte den oberen nehmen müssen. Oh! Mit euch spiele ich ein andern Mal. Gar nicht! Ah! No way! Ich glaube, das habe ich verkackt. Ich stelle mich auch dämlich an. Äh! Oh! Ach, shit! Ja, die Zeit ist... Die nötige Zeit ist bald abgelaufen. Ja. So, jetzt aber... Ja. Nochmal. Dieses Mal muss es besser laufen. So geht das natürlich nicht. So darf das nicht sein. So was geht natürlich nicht. So was darf ich nicht sein. Ruck. Und weiter. Ja, das schaut schon deutlich besser aus hier. Okay. Ich muss auch schnell die Gegner entfernen. So, und auf dich drauf. Ich meine... Bei den anderen kriege ich eh nur Ringe. Nehme ich mal an. So, dann spann der rauf. Und da auch. Und da auch. Oh, aber ich hoffe, die Raketen kommen nicht hoch. Okay. Kommen sie nicht. Ja, und so einfach geht das. Schauen wir an. Das war doch... Deutlich besser. Mhm. Nice one. Und wieder einen Song. Toxic Caves aus Sonic Spinball. Habe ich ja schon im... Was, im ersten Part? Ich glaube, im ersten Part habe ich das schon erwähnt. So. So, die letzte Klassiker-Ausforderung für Green Hill Zone. Tempo-Ausforderung. Sammeln Power. Turnschuhe, um das Ziel für Ablauf der Zeit zu erreichen. Okay. Dann machen wir wirklich... Superspeed! Äh, das war doch ein bisschen zu viel Superspeed, dass ich noch nicht mehr durch die Rampe geschafft habe. Ach, nein! Come on, bleib doch nicht da hängen, Mann! Sehr, sehr schnell. Nö! Ich glaube, ohne geht's auch. So ziemlich. Nein, come on! Äh! Das darf doch nicht wahr sein. Hm. So, so ist doch schon ein viel besserer Start hier. Nein! Komm doch da hoch, Mann! Ach, je. Na, nee. Ist klar. Ach, da häng ich doch wieder ganz schön. Ist doch... Bisschen zu schnell versuche. So, jetzt war... Da habe ich ein bisschen zu viel Schwung bekommen. Also. Äh! Nein! Hier schon wieder. Oh nein, wie soll ich denn da... Ach so, so geht's eh. Ich Idiot! Ach! Ach! Oh nein! Schon schneller, Mann! Wo kriegst du das noch hin? Gerade noch geschafft. Nice. So, das war die letzte Classic-Rausforderung. Und damit kommt auch noch die restliche Farbe rein. Nice. Du kommst auch her. Gut. Dann bleiben wir gleich da oben und... ...machen wir auch gleich damit weiter. Das dritte Torbanzeige. Torbanzeige ist verdreifacht. Reicht das Ziel und die Fähigkeit, du... ...muss zu erhalten. Okay. Für eine weitere Fähigkeit. Da schalten wir das frei. Und wie die Torbanzeige da verdreifacht wurde! Was soll das denn? Uff! Hör zwei Ballen! Hör die Habe gesprungen! No way! So, Alter. Äh, das war dumm von mir. So, Alter. Es geht doch wirklich nur um Zeit hier. Hier sch- Und... Shit. Na rennen! Oh shit. Ah, ist wieder Fehlpotenzial drin vom Feinsten. Kennt man aber nicht anders von mir, ne? Oh man. Oh, ich hab schon lange nicht mit diesen Missionen gehabt. Kann mich gar nicht mehr an diese ganzen Sachen hier erinnern. Ah! Was zum... Auch hier? Oh shit. Wie wär's, wenn du lieber die Humming Attack verwenden würdest, so wie es der vor... Schwimmen wäre. Schon mal daran gedacht? Holy shit. Ich bin auch wieder ein Fehler vom Feinsten. Das sieht mir nicht gut aus. Das sieht mir nicht gut aus. He he he. All right! Und es ist immer noch der Original Sonnensprecher bis heute. Und er kann's immer noch. Das muss ich mir vorstellen. Und ist noch etwas Leiste übrig. So. Mein Mikro war ein bisschen zu weit unten. Jetzt geht's. Ja, ein anderem Mal. Uh. Nein! Komm her! Poundtree Panic. Ich glaub die japanische Variante, oder? Aus, äh... Nix-CD. Auch nicht schlecht. Gut, ja. Den Schlüssel können wir schon mal einsammeln, aber... Wir sind hier noch nicht fertig. Springerei. Erreicht das Ziel über die Sprung... ...Felder, ehe die Zeit ausgeht. Okay. Ready? Go! Dieser Sprung... ...das... ...Felder... Uh! Uh! Intensiv. ...wär mal ein bisschen. Ja. Das sind manche Levelstellen im Hard-Mode, wie es scheint. Ja, komm! Oh, flatter dich doch. Uh! Stopp auf allen. For the win. Äh. Shit. Na, dreh dich doch um, Mann! Ach, das hat bestimmt noch nicht gedauert, als wenn ich normal weitergegangen wäre. Was machst du denn? Was machst du denn? Mmh... Fail vom Feinsten wieder. Ja, das schaffe ich wieder nicht mehr. Renn weiter. Äh, ich hab keinen Turbo mehr. Äh, ich hab keinen Turbo mehr. Gib mir Turbo. Ich geh mal nicht mehr Ringe, um den Turbo aufzufüllen. Ah! Pfff. Da fuck, eh? come on ich glaube, wenn ich die vermeide kann ich umso mehr Zeit sparen ist das so? ich bin mir gerade nicht sicher nein come on so, ne, wer da weiter da spare ich mir auch etwas Zeit oh man so, so sieht es schon vieles besser aus jetzt wieder nicht mehr heilige Scheiße nochmal boah, also manchmal ich weiß nicht das sieht echt unschön aus uff bleib doch nicht so blöd stehen hier so das ist jetzt so schwer äh uiuiuiuiuiui intensiv wieder das ist so geht nicht mehr hier könnte ich echt den Doppelsprung gebrauchen dem bin ich jetzt aktuell schon ein bisschen zu sehr gewohnt Nein. Uff. Na komm, rüber. Und jetzt renne. Als wenn dein Leben davon abhängen würde. Oh nein, kein Turbo mehr. Scheiße. Oh, oh. Schnell. Puh. Oh Mann. Kein Turbo, kein Boost mehr. Mein Gott, warum sage ich Turbo? Achte auf den Boden. Erreiche das Ziel in der Zeit. Pass auf den einstürzenden Boden auf. Ja. Kein Ding. Das wird schon irgendwie passen. Ich bin zu schnell dafür, dass der Boden einstürzt. Ähm. Okay, jetzt mal. So. Das soll man auch hinbekommen. Schön da hoch. Ui. Shit. Ach, bloß gut, dass er jetzt wieder respawnt. Iiiiih. Ich traue mich jetzt irgendwie da nicht zu speeden. An manchen Stellen. Oh, kann ein Ziel. Nein. Scheiße, so kurz davor. Das ist, glaube ich, die erste Aufgabe gewesen. Die allereinfachste oder was? Mann. Was machst du mal so anständig auf mir entdeckt? Was ist denn da unten, bitte? Naja, was auch immer. Es ist auf jeden Fall etwas, was mich nur aufhält. Ich bin jetzt aber einfach nur gut platforming und gut ist. Ja, sehr schön. Nicht schön, nicht schön. Richtig am Ende damit, dass ich doch speeden darf. Und dann, ja, werde ich dafür wieder bestraft. Hoch da, Mann. So, jetzt aber bitte. Hau hoch. Hau hoch. Und... Geschafft. Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom. Okay. Ich weiß, dass Ziel vor Tails ist, dass ein guten alten Tornado fliegt. Obwohl, eigentlich ist es ein Sonics Tornado, aber... Ja. Na schön. Und wieder mit Super Sonic Racing. Okay. So, jetzt aber schneller. In München 1,30 muss ich es schaffen. Was machst du denn? Nee, nee, du kommst mir nicht davon. Das war jetzt ein bisschen blöd. War einfach Reaktion. So, jetzt aber. Das Driften hilft vielleicht noch zusätzlich. Nein, nein. Du hältst mich nicht auf, Kleiner. Vielleicht hilft das auch hier, was ich mache? Anscheinend. Anscheinend. Yeah. Komm hoch da. Dann habe ich das Ding. Am Ende wird es sogar noch schwieriger, sie zu kriegen. Okay, das letzte... Okay, das letzte... Okay, die letzte Herausforderung von Green Hill Zone. Dann haben wir es. Doch nochmal hier die Green Hill Zone Act 2. Dieses Mal mit einem Doppelgänger. Killen wir ja schon, wie es läuft. Ist kein Problem. Und da hat ich beinahe die Realschiene verpasst. Ist kein Problem. Ja. Und da verpasst er beinahe die Realschiene, der Depp. Oh ja, so kennt man mich. Aber das ist überhaupt kein Problem. Easy peasy. Ich glaube, ein Nebenverlust zählt auch als Niederlage hier. Wenn ich das... Wenn man das auch noch wieder fahren würde. Ach, ich hoffe, das hat mir jetzt nicht den... Esran gekostet hier. Nein, ich glaube nicht. Müsste auch immer noch möglich sein, hier... Esran zu erreichen. Ähm, ein bisschen zu früh. Jetzt auch. Machen wir jetzt schon einen Stampfer. Und Klingeln, nicht los hier. Tempo, Tempo, Tempo. Juhu. Easy. Ja. Ja. Überall Esran. Sehr schön. Puh, war aber schon ein bisschen intensiv dazwischen, aber... Geschafft ist geschafft. So, gib mir... ...Sweet Mountain. Ah, Sonic Colors. Na gut, dann geht's in der nächsten Part weiter mit den... Challenges der Jemmy geplant. Und immer gilt, wenn's dir gefallen, wusstest du dich zu bestätigen, Mess 1. Und dann sind wir beim nächsten Mal, ich hoffe, ihr seid dann wieder mal dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Oh ja, Crush for the WG9. Das ist ein Part von Let's Play Sonic Gener... Let's Play Again Sonic Generations für Steam. Also auf Wiedersehen und... Tschüsschen, Leutchen!